Wir sind Rösler. Die Experten für Strahltechnik. Mit jahrzehntelanger Erfahrung, 100 Prozent Präzision sowie unendlicher Leidenschaft. Alles aus einer Hand. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Ein Maschinenleben lang. Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir in unseren Testzentren, welcher Strahlprozess für Ihre Anforderungen der beste ist. Durch umfangreiche Testmöglichkeiten sowie neueste Technologien erarbeiten wir die perfekte Prozesslösung und erhalten dank modernster Messtechnik in kürzester Zeit die erforderlichen Testergebnisse. Zusammen mit unseren Spezialisten und unserem Rösler-Know-how schaffen wir die Grundvoraussetzungen für innovative Prozessentwicklungen und Kundenindividuelle Automatisierungslösungen. Dank unserer Inhouse-Produktion garantieren wir Ihnen sowohl hochwertige Rösler-Qualität als auch Ersatzteillieferungen binnen 24 Stunden. Unterstützt durch unser vollautomatisches Hochregallager sichert dies eine schnelle Ersatzteillogistik. So gelangen unsere neuesten Entwicklungen direkt zu Ihnen. Unsere Strahlanlagen und Elektromontage erfolgt durch Spitzenkräfte mit langjähriger Erfahrung. Und weil wir so verfahren, liefern wir Ihnen das ideale Verfahren und die dazugehörige Technik. Verlassen Sie sich auf uns. Wir stehen Ihnen rund um die Uhr beratend zur Seite und sind im Notfall schnell bei Ihnen vor Ort. So arbeiten wir in Untermerzbach an unserem Firmensitz in Bad Staffelstein sowie in allen weltweit 16 Niederlassungen und über 150 Vertretungen. Und bieten Ihnen Lösungen für nahezu alle Branchen. Rösler. Finding a better way.